Noch eine. Okay, Kaiserkrabbe. Lutsch, Eis. Bisch. Geschwächt. Das ist gar kein Ausdruck. Und Eis. Die haut doch schon ganz schön raus. Shit. Feuer. Ah, Fail. Egal. Okay, irgendwo müssen wir auf jeden Fall diese Schleusen da öffnen. Ah, hier. Guck mal da. Robin, hello. Ah, okay. Da ist der Hund. Dem müssen wir folgen. Dann geht's direkt wieder in den Reaktor. Nee, das jetzt nicht, aber... In jedem Fall lag da eine Materia unten. Äh, Leiter. Jo. Wow, hat sich gelohnt, da runter zu rutschen. Ist das eine Materia? Nächster Schlüssel. Ah, sauber. Und natürlich die Doggie. Okay, das müsste ja dann theoretisch praktisch mit Glück auf der anderen Seite auffunktioniert haben. Hopp, hoch da. Äh, dass wir da auch unten rein können. Und dann hätten wir den Schlüssel. Weil hier ist bestimmt verschlossen. Aber... Ich glaube, ich würde nochmal runter gehen und gucken, ob der Schlüssel da auch passt. Nee, das hat nicht geklappt. Aber da ist ein Schalter. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Hm, Fail. Gut. Robin. Der auch? Jetzt habe ich doch bestimmt unten alles geflutet damit. Na, hier ist wenigstens eine Kiste. Und get the fuck down there. 800 Gil. Gar nicht mal so schäbisch. Angesichts dessen, wie wenig Gil ich nur noch hab. Okay, cool. Jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal zurückgehen können. Oh ja, Yuzuto. Das wäre super awesome. Es gibt's für das 15er, glaube ich, für die PSVR. Ähm. Zumindest eine Episode, die man in VR spielen kann mit der PSVR. Habe ich aber, um ehrlich zu sein, noch gar nicht getan. Muss ich irgendwann mal nachholen. Ähm. Da geht's wieder runter, ne? Ja, ist jetzt bestimmt alles geflutet, oder? Nee? Okay, cool. Weil da unten war noch eine Tür, die check ich doch jetzt erst mal ab. Oh, hey. Bärratten! Eiskalt ins Gesicht, bisch! What? Au, au! Okay, wo war die Tür? Da war die Tür. Schauen wir erst mal, ob da was geht. Äh, äh, da. Schuhe, ist doch toll. Geht wenigstens wieder mal was. Und? Won't open! Ach! Ich hätte gehofft, der Schlüssel passt. Na Gott. Oh, ich seh gerade, ich hab echt viel Energie noch. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Ja, die Rift habe ich dir ja schon gesagt. Supergeil, die habe ich auch. Die Rift S. Gute Wahl, meiner Meinung nach. Okay, gut. Also das hätten wir erledigt. Dann können wir jetzt zumindest mal hier in den nächsten Abschnitt. Aber das mit der verschlossenen Tür wird mich jetzt wahrscheinlich erst mal nicht in Ruhe lassen. Schloss geöffnet. Yes. Ich habe gar nicht vorher probiert, ob wir überhaupt weiterkommen. Aber es war offensichtlich verschlossen. Ah. Ja. Oh ja. Sehr geil. Das muss ich auch mal machen. Hast recht. Mhm. Okay. Ach ja. Ach ja. Du hast recht. Ich habe gerade meinen alten Erzfeind wieder gesehen. No Entry. Mh. Bish. Die. So viel zu No Entry. Okay. Wie soll ich jetzt hier... Uff. Überwindung des Hauptabwasserkanals. Okay. Das ist der Kanal. Tatsache. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgend wieder durchkommen. Hä? SGS. Bevor wir jetzt die Wehrraten angreifen. Oh, I'm dead. Tschüss. Aus dem Bild gehauen. Wapam. Auf jeden. Auf jeden tiefer. Okay. Gehen wir ab. Wait, wait, wait. What is happening? Ja. Das ist sehr cool. Das stimmt. Die wollte ich mir eigentlich auch noch besorgen. Die Quest. Okay. Ich würde sagen, open. Ja. Stimmt. Geht ja gerade überhaupt nicht so ein Mist. Wohl wahr. Oh, Mann. Krabby ist da unten. Mr. Krabs in der Haus. Aber wir gehen nochmal nach oben, weil ich habe mich da nicht komplett umgeguckt. Nicht, dass du was über... Ja, hat doch eigentlich schon... Ah! Dich habe ich übersehen, Ben. Runtergehauen. Dead. Was geht hier? Verschlossen? Stimmt. I knew it. Damn it. Ja. Klar. Natürlich. Hier kannst du auf dem PC kannst du halt alles spielen. In Fall. Was... Das meiste gibt es gemoddet. Okay. Gut. Also hier geht es erstmal nichts weiter. Das wird es... Ah, da. Da liegt es ja, das Schild, das ich eben runtergehauen habe. Eigentlich müsste es komplett sterben. Da liegt noch eins. Ich breche ab. No Entry my ass. Yes. Nicht. Hör auf, Abwehrhaltung zu haben. Oh, shit. Blugu. Blugu. Blugu on this, bitch. Komm, andere Blugu. Blugu. Und zurück zu Cloud. Und er pennt immer noch. Was ist denn los mit euch? Ja, mache ich es eben selbst. Yes. Aerith hat fast alles allein gemacht, by the way. Boom. Tschüss. Aha! Double Ice and it's dead. Auch. Ach Mist. Tifa braucht es eigentlich auch. Verdammte Eis. Okay, he's dead. Gar nicht mal schlecht Tifa. Da staunst du, was? Jo, indeed I do. Ah, na na na. Okay, hoch da. So, next. Open. Oder so. Kommt jetzt bestimmt Wasser raus. Nee, kann ja gar nicht. Oh, smash. Smash. Kaputt. Aber da können wir uns bestimmt drüber tingeln, ne? Oder sehe ich das falsch? Wahrscheinlich. Ja. Good do, oder? Ja, klar. Dann bin ich aber wieder am Anfang, oder? Ah ne, noch nicht mal ansatzweise. Okay, umdrehen ist nicht. Dann, dann eben nicht. Come Cloud, move. Move. Muss nochmal gucken. Da drüben ist bestimmt noch... Ah fuck, da ist ne Materia. Ich muss nochmal zurück. Kommt Mädels. Go, go. Muss mir die Materia da drüben noch klar machen. Eris. 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 Weggeschoben. Ah ja, oder so. Okay, cool. Ja, move. Was könnte das sein? Es ist grün. Es ist grün also wahrscheinlich irgendein. Ah, Krijevs Zauber. Vielleicht auch Heilung. Gucken wir mal. Toxin. Ha. Gift. Aber das ist gut. Die ist nämlich sauviel wert. Ah, wir sind auf der anderen Seite. Das ist auch schon mal sauviel wert. Okay, das hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Jo, ich will das schleusen. Alter, danke, dass du mir das jetzt sagst. Die Quest wieder zurückgesetzt, weil ich wieder zurückgegangen bin anscheinend. Okay, was ist das für ein Bobby? Das ist doch so ein Sahagin. Sahag. Joink. Superdrank. Yes. Und runter. Und dann Uncharge direkt. Uncharge. Sahag. Sahagin. Sahagin. Was war es? Eis oder Feuer? Ich glaub Feuer. Ja, okay, cool. Dann. Feuer, Feuer. Und Gabi. Sahagin. Nix konnte, der arme Kerl. Da konnte er nichts machen. Außer seine Waffe in die Bote stecken. Sehr geil. Jetzt ist die Frage... Open. Oder close. Oder whatever. Close. Ah. Ja, sauber. So ein Zufall. Okay. Uh. Warum? Selbst wenn... Selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Die Mainz-volle Ernte. Eris. Weißt du etwa mehr? Wie? Tifa. Eris. Kommt einzeln rüber. Okay. Okay. Ich gehe vor. Eris. Jetzt du. Alles klar. Ja. 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 Nur noch ein Stück. Eris. Spring. Oh. Nichts passiert. Haha. Das war knapp. Abgesoffen. Tifa. Doch nicht dafür. Dir auch. You're welcome. Hm. Cloud. Kein Mann vieler Worte, ne? Ja, ja. Die Cloudy. Na gut. Äh. Nope. Okay. Ihr hättet auch einfach über die Kisten steigen können, by the way. Aber na gut. Daneben nicht. Äh. Arch-Enemy. Nein. Okay. Kein Shield. Helft nicht. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Stimmt. Wir können die Zukunft noch ändern. Noch. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst, denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. clear weer. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020